Ich weiß nicht. Ich hab's auch jetzt. Ich weiß nicht. Geil! Paul, ich besieg's den jetzt! 1.100 Leben! 600 Leben! Stop! Nein! Nein! Blooded Priest Man! Ganz blooded Priest Man, sagst du? Wie ich im Alleingang den Kristall gerettet hab! Ja klar, Jan. Ich stand da auch nur und hab ganz viel besiegt. Junge! Hier, die werden jetzt nicht... ...heilen? Oh, Gott sei Dank! Alter Lord! Wir können nichts mehr aufbauen. Aber Level Up! Ganz viel! Ja, wie muss ich... äh... Level jetzt? Aber nicht meine Dinger eigentlich. Die sind so übelst hoch. Sie sind so übelst gay. Boah, da kommt ein gayer Schwuchtel-Org! Leute, ihr wisst schon, dass wir der Verteidigung hinstellen müssen. An einer Stelle laufen sie da einfach durch. Der Level 78 ist weg, ne? Ja, weiß ich. Okay, ich muss mich da hinstellen nachher. Das kann man mir sowieso nicht mehr leveln. Wozu ist der hier, ne? Wozu denn? Der da, damit sie da nicht... Loll, warum ist der da? Den verkaufe ich? Ja, Jan, stell da... Stell da hin! Hier, guck, guck! Da laufen sie einfach pur durch. Siehst du? Ich weiß! Pass mal auf hier! Du stehst da, okay? Mhm. Und weißt du, wer hier den richtig Damage machen wird? Und hast du nur 50 Mana? Alter, Jan! Da hinten gibt's... Ja, ja, Jan! Hier! Danke. Ich hol noch Mana. Ich hab noch... Ich brauch keins mehr. Ja, aber ich will noch ein bisschen was. Und was noch aus Pfannen hinstelle? Ja. Die verbraucht dir nur eins, gell? Ja. Obwohl... Ich... Ich tausche meinen Kobold um. Paul, bitte noch nicht Go machen. Ich mach gar nicht Go. Ich nehm immer noch auf, Gott sei Dank. Ey, ich... Irgendwie diesmal diese Aufnahme... Ich verpann... Ich verpann's die ganze Zeit, dass wir aufnehmen, ne? Ja. Ey, nee, weißt was? Den wechsle ich nicht. Das ist der beste Charakter, den ich hab. Ja, wieviel Mana hast du noch? Keins. Ich brauch aber keins. Ich brauch aber keins. Und auf meiner Seite kommt ein Ork. Und Jan, jetzt musst du dir mal vorstellen, es ist auf, ähm, einfach gestellt. Ja, ich weiß, wir haben es mal auf Schwer oder so gezauft worden. Da war es richtig krass. Das ist so krank. Jetzt auf eurer Seite geschehen. Wo? Bei euch! Jetzt ist er bei mir erschienen. Laufen wir einfach durch. Wir verlieren hier. Wie wir es nicht tun werden, Paul. Ich will nicht sein. Ich bin gerade dabei, ein Uger. Jetzt mag ich alles im Alleingang zu sehen. Ich werde da verdammt. Die glühen Bogenschützen kommen da immer durch, weil sie immer Bogenschützen. Fickt ihn weg, der Troll, der stirbt. Troll gekillt doch mal allein, ja. Alleine? Ja. Ey, als Krieger kann ich es ja noch verstehen, zum Teil. Aber, also jetzt mal hier, wow. Kompliment, mein Freund. Ihr Sterbis, hier geht es jetzt direkt in ihr Scheißer. Komm schon, komm schon, du kleine Assassin, ihr Mann. Tja, gestoppt. Komm her, ihr Blöden. Ich pass auf, dass auf meiner Lane alles verpallert ist, ne? Priest, das ist natürlich nicht. Soll ich gleich zu eurer Lane kommen, wenn ich hier repariert habe? Weil ich habe keinen Bock, dass die Lane stirbt. Jetzt sterb ich, die Lane, jetzt stirb ich, geil. Jetzt ist das ziemlich spannend. Alter, ja klar, mit einem Schlag von 1.070 auf 500. Oh Gott, ah, 1.070 auf 500. Ich habe nicht gesehen, der hat, mit dem, ähm, Damage, ihr Kostum, reinhaut. Ich habe eine schnelle Waffe und eine starke Waffe. Aber ich muss hier hin. Wegen den Rippen. Hau, pass mal auf hier. Jetzt passt du mal auf. Loll, wo wird Daiton? Loll, wie geil! Oh, wie geil! Fick sich. Wie sie sterben. Ich renne mal rein mit der großen, mit der, ähm, der schnellen Waffe und dann haue ich am Ende noch meine, ähm, Kette und Waffe rein. Richtig, geile Kombi. Ich geh in der Armbruch. Ich hasse diese Assassine. Nein, ich geh weg, Mut! Ja, ich bin auch gefunden. Was für dann? Assassine getötet. Zwei ... Mh, hm, hm. Hm, hm. Äh, ich mein, äh, zwei Leben. Ja klar. Ja, blüß ich damit auf. Schon wieder, dass ich ihn nicht mal eingegangen sehe, das ist scheiße. Alter, die uns früher einen Ogre down gemacht hat, weiß ich noch. Ja. Und jetzt, Ogre. Zock, zock. Zock, zock. Solche Aeternia-Kristall wird angegriffen. Ein Jan wird angegriffen. Alter, ich kriege gerade eine Mechse mit. Blüder Priester, komm her, ey. Na, die einfach nur rankommen, hier. Ich sag dir, die Priester nerven. Ich sag dir, ich nerf die jetzt selber, hier richtig fett. Ich sag dir, ich hab... Steck den mein Zauberstab in den Arsch. Ich hab dir mal bei einem Level mitgemacht, da waren, ähm, drei Stufen hochgelevelte Ogre dabei. Mhm. Und der hat dann, ähm, er wurde dann von Priestern geilt. Alter, ficken. Dazu sag ich nur... Ja, klar. Ja! Komme! Ich hab Annette davon was gesagt. Ah, okay, sie geht schon. Ja, okay! Noll! Noll! Boah! Na, dahinten hast du jetzt Wetten schon alles aufgehoben. Da drüben muss man wenig machen, ich glaube, oder? Oder muss man da viel machen? Bei mir muss man nix machen. Ja! Außerdem deine Lane mit deiner Magie-Blockade, was du gemacht hast, ist richtig abgegangen. Ich weiß. Und die wurden richtig platt gemacht. Blüder, dann dazu droben sie. So. Weißt du was? Nur nicht weitermachen. Was? Nicht weitermachen, nur nicht, okay? Ja, okay. Weil ich will hier noch ein bisschen... Kannst du jetzt die Aufnahme wenden? Nee, ich nehme jetzt weiterhin auf. Okay. Ja, ich hätte eine Idee, was wir da noch machen könnten. Ja, ich hätte eine Idee, was wir da noch machen könnten. Wir schmeißen mal die anderen raus und lassen jemanden rein und dann machen wir mal PvP. Okay, machen wir gleich. Was? PvP. Paul. Ja? Die beste ist Magier. Ja, komm! Du musst mal die Kriegerin leveln. Da kommen dann so riesige... Da kommen dann richtig geile Viecher. Du bekommst da keine Erfahrung, wie ich weiß. Ja, man bekommt keine Erfahrung, kein Mana. Mhm. Ja, deswegen. Deshalb soll ich's machen. Weil's funny ist. Nö. Okay. Wir könnten das nächste Level machen, aber das ist dann echt krasswertig. Mach nächstes Level. Wie das ein Klick. Na, Mann! Wann müssen sie mir davor stehen? So, jetzt. Ein Demo! Legendäre Bron... 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 Lodernde Bronzeklinge. Ist so geil. Er hat 77 Angriff. Das ist aber... Na? Der Oblemer. Ein Douglas... Wie das ist die Schreie. Das ist meine Schreie. Das ist meine Schreie. Und dann.